Was ist das? Das ist eine sogenannte Halbe. Nicht anfassen! Das ist das Bewegendste, was ich je gesehen habe. Frau Sandberg, Herr Wittenbrink, ich möchte mit dem Künstler alleine sein. Hast du das da hingestellt? Logisch. Praxen weg! Jetzt ist Kunst. Die verkaufen mit dem Geschwollschädel für 500.000. Ach, was sag ich? Ein Million! Und du kriegst 50 Prozent. Bin ich reich, dann kann ich endlich den scheiß Hausmeisterbosten kündigen. Ich muss nimmer in den scheiß Heizungskellern runter. Ich muss nimmer die scheiß Aschendonau rausräumen. Du sagst es! Das ist mir nicht wert. Das ist mir vorbei. Zucker. Danke! Danke. Danke.